Den XFX3 als Audio-Interface benutzen? Das ist das Thema des heutigen Videos und los geht's nach dem Intro. So, jetzt hast du dir diesen schönen XFX3 gekauft oder du überlegst vielleicht, den zu kaufen und überlegst, hm, jetzt muss ich ja auch noch das Zeug irgendwie, wenn ich aufnehmen will, in den Computer kriegen. Dann brauche ich ja noch ein hochwertiges Audio-Interface. Wenn ich jetzt schon so viel Geld ausgebe für das geilste Gitarren-Effekt-Gerät, Slash-Sound-Erzeuger, das es gibt, brauchst du ja natürlich noch was, um es in den Computer zu kriegen und was viele nicht wissen, der XFX ist ein hervorragendes Audio-Interface. Und ich zeige dir mal, was der alles kann in diesem Video. Fangen wir mal an. Die ganz normalen Sachen, die jeder sowieso erwartet, wenn man sagt Audio-Interface, man kann ganz einfach die Gitarre aufnehmen. Oder noch einfacher, man kann einfach Sachen wiedergeben. Ich habe hier Logic Audio, ja, auf dem Mac Logic Audio. Es ist übrigens völlig egal, welches Programm du benutzt, ne, welche Digital Audio Workstation oder DAW auf Neudeutsch, von Neuenglisch genannt, du benutzt. Also du kannst Logic benutzen, du kannst Reaper benutzen, du kannst sogar Outer City benutzen, das kostenlose Programm, hast du natürlich weniger Features, Cubase, Ableton Live und so weiter und so fort. Und da viele immer fragen, ja, wie nimmst du das jetzt auf? Also hier läuft gerade ein ziemlich komplexes Setup. Die Kamera hier speichert auf SD-Karte einfach nur das Video. Das Mikro, was ich hier anstecken habe, geht in Ableton Live im Computer über mein Audio-Interface RME Babyface Pro. So, da geht auch der Ausgang Out 1 vom XFX rein, damit ich das Mikrofon aufnehmen kann und das, was aus dem XFX rauskommt, weil ich will hier das Audio-Interface demonstrieren. Aber wenn du das hier machen willst, was ich hier demonstriere, brauchst du nicht das RME-Audio-Interface, sondern nur deinen XFX 3. So, und dann schließt du einfach an den XFX 3 deine Studiomonitore oder deinen Kopfhörer an und kannst genau das machen, was ich hier zeige. Das Setup hier ist nur so komplex, weil ich dir ja irgendwie auf dem Video zeigen will, wie das Ganze funktioniert. So, also, der kann das schon mal einfach abspielen, das zeige ich dir ja jetzt. Ich starte jetzt einfach mal hier diesen Trum-Loop. Jetzt hat es gerade noch einen Klick an, den kann ich ausmachen. Wenn ich dann hier die Lautstärke verändern will, kein Problem. Alles wunderbar, funktioniert. So, und natürlich gleichzeitig, der Sound, den ich gerade auf dem XFX aktiviert habe, der funktioniert natürlich auch. Habe ich hier auch direkt X-Edit und da ist eingestellt das Preset Solo 88. Weil ich eben dran rumgebastelt habe, deswegen rufe ich es mal gerade neu auf. So, so klingt das Preset. So, wenn ich das jetzt einfach so, wie es ist, aufnehmen will, dann benutze ich hier im Programm einfach neue Audiospur. Dazu klicke ich einfach doppelt, wobei, ne, das war es nicht. Ich muss hier auf Plus drücken und dann kann ich eine Audiospur auswählen, ganz normal. Eingang 1 und 2, Output 1 und 2, Aufnahme aktivieren. So, jetzt siehst du hier am Ausschlag schon, was du hier aufnehmen kannst. Nehme ich mal einen ganz simplen Powerchord-Riff auf. So, klick. Das reicht schon mal. Jetzt setze ich einfach den Loop noch ein bisschen kürzer und jetzt hören wir uns das zusammen an. Super simpel, ja. So, du hörst nur, wie gesagt, das, was ich aus dem XFX, aus dem Output 1 aufnehme, das hörst du. Ja, und mein Mikrofon dazu. Deswegen ist es so ein bisschen, wenn du die Gitarre hörst, die hörst du auch über das Mikrofon. So, das ist ja jetzt das Einfachste, was du machen kannst. Und das ist klar, wenn ich jetzt erwähne, Audio-Interface, dass du einfach Sachen aufnehmen kannst. Natürlich kann ich jetzt da drüber noch ein Solo aufnehmen. Auch in 1, 2. Jetzt spiele ich da ein Solo drüber. Vorher mache ich die Spur hier, Aufnahme weg, die Aufnahme an, die Spur ein bisschen leiser. Und nehme einfach da jetzt mal ein kurzes Solo drauf auf. Und fertig. So, das hat er hier auch aufgenommen. Warum weiß ich nicht. Weg mit dir. Aber jetzt warten. So, die ganze Bearbeitung von dem Gitarren-Sound passiert jetzt nach wie vor im XFX. Das heißt, ich belaste jetzt den Rechner hier überhaupt gar nicht. Das heißt, du kannst 128 Gitarren-Spuren aufnehmen und das sollte eigentlich sogar ein älteres Laptop, fünf Jahre altes Laptop ohne Probleme mitmachen, weil du ja nicht Software-Instrumente benutzt, sondern benutzt den XFX als Sound-Schmiede und als Audio-Interface. Das ist keinerlei Belastung des Host-Rechners. Das ist ein riesengroßer Vorteil. Aber das ist ja, sag ich jetzt mal einfach, Anfänger-Kram. Du willst natürlich viel, viel mehr. Und warum hat der XFX überhaupt acht Ein- und Ausgänge als USB-Audio-Interface? Schauen wir doch mal hier. Was machen denn die einzelnen Eingänge, Computer-Eingänge? Also das, was ich hier auswähle bei Logic unter In. Und wenn ich da jetzt hier aufgucke, Eingang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das wird jetzt gruppiert, weil ich hier Stereo als Spur gewählt habe. Wenn ich das als Monospur konfiguriere, kriege ich die einzelnen Eingänge angezeigt, also 1 bis 8. Kann ich mal kurz zeigen. Ich mache eine neue Spur. Wo kann ich Stereo anstellen? Okay, hier kann ich einstellen. Eingang 1. Dann ist es automatisch eine Monospur. Aufnahme nicht aktivieren. Erzeugen. So, ich wähle jetzt hier mal die neu erzeugte Spur an. Audio 3 ist das. Und wähle hier mal einfach Input 1. Eingang. Und dann siehst du hier 8 Stück statt 4 in Stereo-Paal. Kann ich also einzeln auswählen. Aber jetzt interessiert uns mal, was habe ich denn hier? So, ich habe jetzt hier die Anleitung des XFX. Seite 20. Computereingänge 1 und 2. Da kommt das rein, was in deinem XFX bei dem Output-Block 1 anliegt. So, mach ich mal X-Edit auf. Du siehst hier hinten Out 1. Also das, was hier anliegt. Alles, was hier drauf geroutet wird. Und das kannst du ja von den dreien hier nochmal hier drauf routen. Ja, nur als Beispiel, ich könnte jetzt hier anlegen, Input 4. Und könnte ihn hier auf den Output routen. Ne. Da habe ich mich verklickt. So. Und dann hier. So. Jetzt wäre Input 4 auch da drauf. Das wird also auch jetzt aufgenommen werden. Nur als Beispiel. Ja. So. Also alles, was da anliegt. So. Computereingänge 3 und 4. Also wenn ich hier zum Beispiel 3 wähle. All das, was am Outblock 2 anliegt. Ich könnte jetzt also zum Beispiel hingehen. Hier habe ich zum Beispiel Delay. Ja. Und nehme mal an, ich möchte Delay und Reverb nicht aufnehmen. Warum auch immer. Gehe ich hier hin. Mache Output 2. Per Kabel das. So. Jetzt hören wir hier hin. Das ist ein Delay an. Das ist ganz leise. Ich mache es mal laut, das Delay. Dass du es auch hörst. Machen wir es mal richtig laut. So. Du hörst also jetzt hier eindeutig. Da ist ein Delay drauf. Ja. Ich mache mal das Tempo aufs Gleiche, sonst verspiele ich mich beim Einspielen. Zack. So. Jetzt möchte ich aber nicht das Delay aufnehmen. Ich möchte es hören beim Aufnehmen. Ich möchte es aber nicht aufnehmen, weil ich nachher ein anderes Delay zum Beispiel dazu machen möchte. So. Dann gehe ich hier einfach hin. Wähle Input 3. Drücke das auf Record. Markiere dann die Spur. Jetzt mache ich mal das Solo von eben weg. Das brauchen wir nicht mehr löschen. Jetzt nehme ich ein neues Solo auf. Los. Jetzt hast du eindeutig gehört, beim Einspielen war das Delay an. Hören wir uns mal an, was der aufgenommen hat. Ohne Delay. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, okay, ich möchte das Delay gerne in Logic dazu machen, wozu es eigentlich keinen Grund gibt, aber könnte ich ja jetzt machen. Könnte ich jetzt hier zum Beispiel hingehen, könnte sagen, Audio FX. Du siehst, dass ich das nie mache. Delay. Hier ist es. Tape Delay. Könnte das hier dazu machen, ja. Und da wäre jetzt ein Delay von Logic drauf. Brauchen wir nicht. Weg damit. Nur als Beispiel, dass du das machen könntest, wenn du den trockenen Amp nur aufnehmen willst und willst das später mit anderen Effekten anreichern. So, das wäre Eingänge 3 und 4. So, jetzt wird es interessant und da gibt es aber noch ein extra Video dazu, weil das hier sonst zu lang wird. Stichwort Reamping. Du könntest jetzt auch hier die Eingänge mit 5 und 6 nur den Eingang vom XFX aufnehmen. Also das, was die Gitarre reingibt. So, das machen wir jetzt hier mal. Ich mute mal die zwei Spuren. Und ich nehme jetzt nur das auf, was am Input anliegt. Mit Input 5, 6. So. Du hörst immer noch das Preset, was gerade im XFX aktiv ist, ja. Du hörst immer noch dieses Preset. Deswegen mach ich jetzt mal Delay aus. Mach das hier auch mal weg. Ja, brauchen wir nicht mehr. Aber er nimmt jetzt nicht das auf, sondern nur das, was am Input anliegt. Record Enable. Und los. Zum Beispiel. So, wenn ich das jetzt wiedergebe, hört sich das so an. Das ist jetzt sehr leise, weißt du. Mach mal das Rhythmus aus. Das ist das, was der jetzt aufgenommen hat. So, jetzt könnte ich zum Beispiel, wenn du sagst, jetzt hier, ich würde da gerne jetzt ein Gitarren-Plugin verwenden. Ja, irgendeins. Da habe ich hier Tausende, ja, die ich nicht mehr benutze, seit ich den XFX habe, aber ist ja egal. Nur mal als Beispiel, wie gesagt, nur ein Beispiel. Nimm mal Logic Amp Designer. So, nehme ich nie. Ja, ich mach jetzt einfach mal nur an. Dann kann man alle möglichen. Ja, jetzt nur als Beispiel. Niemand, der einigermaßen bei Sinnen ist, würde, wenn er eine XFX 3 hat, den Logic Amp Designer nehmen. Aber es wäre möglich, wenn du das denn möchtest. So, und dann haben wir noch Computereingänge 7 und 8. Die nehmen das auf, was an Input 2 anliegt. Da könntest du jetzt zum Beispiel einen externen Mikrofonvorverstärker anschließen und gleichzeitig Gesang aufnehmen. Ja, dafür wäre das. Also, das mache ich jetzt nicht vor. Meine Stimme ist noch so ein bisschen belegt. Hier, schön, Erkältung und so. Deswegen mache ich es jetzt nicht vor. Aber das könntest du machen. Und jetzt gehen wir mal noch ganz kurz drauf ein, bei die Ausgänge. Ich bin ja jetzt die ganze Zeit rausgegangen über Ausgänge 1 und 2. Das kann man bei Logic hier einstellen. Das geht bei deiner DAW dann anders. Also, wie gesagt, das ist kein Tutorial für ein spezielles Programm. Das ist einfach nur die Möglichkeiten. Das kannst du auch mit Cubase machen, mit Ableton Live und so weiter. Die haben auch die Einstellungen für die Ausgänge. So, wenn ich jetzt hier zum Beispiel diesen Ausgang nehme, dann könnte ich hier, der ist jetzt auf Stereo geschaltet, ich könnte den aber auch auf die anderen Paare legen. Und dann gucken wir uns jetzt mal an in der Anleitung, was machen denn die anderen Paare. So, erstmal 1 und 2 gibt das wieder, was an Output 1 anliegt. Computerausgänge 3 und 4 geben das aus, was an Output 2 anliegt. Also, es ist wie beim Input, nur halt mit Output. Computereingänge 5 und 6. Wenn du dann beim Input-Block eingestellt hast, USB statt Front, wird praktisch das, was über USB gesendet wird. Also, du kannst praktisch jetzt eine Gitarrenspur an den XFX senden, der in den Input-Block reingespeist wird. Das ist Computerausgänge 5 und 6 und Computerausgänge 7 und 8. Das geht direkt an den Innen-USB-Block. So, das ist jetzt ein bisschen zu hoch für die meisten und die meisten werden das auch nie benutzen. Aber wenn dich Reamping interessiert, dann schau das nächste Video, was von mir kommt. Und dann geht es nur um Reamping und was du da für Schweinereien damit machen kannst. So, in diesem Sinne, das war genug für dieses Video heute. Den XFX als Audio-Interface benutzen. Ach, eine Sache muss ich noch erwähnen. Der XFX arbeitet intern mit einer Sampling-Frequenz von 48 Kilohertz. So, und du solltest auch, wenn du mit einem Programm arbeitest, die Sampling-Frequenz auf 48 Kilohertz stellen. Damit da keine sogenannte Sampling-Conversion, eine Sample-Raten-Konvertierung stattfindet. Was eine theoretische, aber meistens nicht hörbare Qualitätsverschlechterung mit sich bringen würde. Aber ich kann hier komischerweise in Logic auch 44,1 einstellen mit dem XFX und 88,2 oder wie viel das auch immer ist. Und 96 Kilohertz, das funktioniert auch. Da passiert dann in Logic wahrscheinlich eine Sample-Raten-Konvertierung. Ist dann nur sinnvoll. Nehmen wir an, du hast ein Projekt, das ist mit 44,1 aufgenommen. Und du möchtest gerne Gitarrenspuren mit dem XFX einspielen. Weil bei mir geht das. Ich gebe dafür jetzt keine Garantie. Ich habe schon von Leuten gehört, da ging das irgendwie nicht. Warum auch immer. Bei mir geht es. Das ist nur ein Hinweis. Also optimal wäre, mit 48 Kilohertz aufzunehmen. Und dann ist es noch ein bisschen Spezialität, wenn du auch schon andere Audio-Interfaces benutzt hast. Deswegen gehen wir jetzt mal hier kurz in die Einstellungen von Logic. Die IO-Puffergröße 256 habe ich hier gewählt. Das wäre, wenn du Software-Instrumente spielst, viel zu viel. Aber da du ja hier immer den Sound, normalerweise, den Sound über den XFX hörst, also den Gitarren-Sound, der wird im XFX gemacht, brauchst du eigentlich nicht mehr. Und das beansprucht den Computer nicht so sehr. Also wenn du jetzt hier runter auf 32 Samples gehen würdest, was das niedrigstmögliche ist, würde der Computer sehr beansprucht. Brauchst du hier nicht. Wichtig ist hier, diese Sampling-Frequenz musst du im XFX auch einstellen. So, das ist aber sehr fortgeschritten und das wird in der Anleitung auch beschrieben. Lass es einfach auf 256 stehen. Das ist das, was voreingestellt ist im XFX. Sonst wird das hier alles viel zu komplex und man braucht es nicht. Okay, in diesem Sinne, das war es für heute. Wenn dir das Video gefallen hat, gib mir doch einen Daumen nach oben. Wenn es dir nicht gefallen hat, auch gerne Daumen nach unten. Ansonsten bin ich für heute fertig. Kanal abonnieren, wenn du mehr davon sehen willst. Und ansonsten bis dann. Mach's gut. Ciao.